Hola gente Ja Wir fragen uns, ab wann Tautau gleich ein Rage-Crit macht Schon ab der ersten Runde vielleicht Ja Tautau ist dafür bekannt, mal eben schnell weg zu gehen Spanien Ja sicher Nein! Nein! Warum? Ah fuck Alter die scheiß Messern Das ist ja voll für'n Arsch Ja Alter, was war das? Ja super Die haben einen Sniper Alter, da kann man's gleich nach Scheiße Das ist ein Dreck Alter, überall legen die scheiß nubigen S-Minnen rum Das soll raus und eins Das gibt's nicht! Warum? Ich bin eben gespawnt, lass mich leben Ich bin gespawnt, lass mich leben Ich bin in einem 3 stehen und er messert mich einmal und ich bin tot Das gibt ja für dich Nein! Ja, komm, flash mich ja Ja, schön, Alter Wenn du einen Mega-Lag hast und da vorne bist du schon tot Schön Geh doch ein, Alter, das gibt's ja nicht Alter Wer ist der Hurenspisser Ja, jetzt komm von hinten Du bist Sau Geiler war das Alter, was war das jetzt bitte? Fuck Ja, halt die Schnauze Aber ganz ehrlich, ich hab immer noch meine üblichen Legs und Disconnect hab ich zwischen drei auch gehabt also Verbindung getrennt Also ganz toll Tau Tau's Rage Monitor schlägt fast aus Geh langsam los, die Skala ist fast voll Ja, weißt du ein halbes Magazin ins Gefries kriegst und du siehst aber du kriegst selber nur zwei Schuss mit, ist immer toll Alter, meinst du nächstes kommt her Ah, okay Alter, ein Mega-Lag Alter Ja, euer Stammbrug hab ich euch auszulaufen gesehen hab, also was wollt ihr von mir? Alter, die kommen zu uns, die kommen zu uns Ah, fuck Ich weiß nicht Ich hau dem Piss an oder die Dinger ein, ich wirf dich Ich muss grad drüber nach Schau's auch, wie's kämpft Schau, wie's kämpft, ich kein Piss an Weint Ja, ne Es ist gleich so weit, ja Ja, fuck dich Fuck dich Pass auf, schon ist er noch rein Alter Der lacht doch so glücklich Ja, glaub du kleiner Piss, ey Alter, des Scheiß, ach dich doch, wenn der Äh, hier Noobhaft, okay Schau, klar, aber da die S-Mine, was Zeig's denn hier für kleine Pisser, ey Boah Gleich ist er so weit, gleich ist er weg Nee Willst du jetzt einfach aufhören mit eurer Scheiß-Killstreak, so? Zeug Was war das jetzt? Alter Alter, ich Langsam geht mir das alles schon am Sack, echt, ey Du mit deiner Scheiß-S-Mine, ey Die könnt's mir sofort aufhören Vor allem nicht die Schock-Lader nicht mehr nehmen, das ist ja ganz stark Das ist so super, echt damit, echt Ah, fuck dich Ha, nein Das verdammte ballistische Messer Nein Ich hab da gedacht, die Target auch ist Aufm Sch... Ah, verdammt Ich bin auf die... Hey Ja Fuck dich Ha, ha Messern in Black Ops ist ja komplett Ich bin Hooger Sehen Ach, das gibt's ja nicht Okay Und als nächstes mal spielen wir ohne die verhörensten S-Minen Ohne Killstreaks, weil das ein Highjack, das war ja abartig Ja, Alter, ey, jetzt... Killstreaks... Du bist aus, du bist am Pratzt hier und dort wieder, was soll der Scheiß? Ja, das ist Und Du bist am